Oh, Liebe! Ja, das ist ganz simpel. Pass auf, ich erkläre das mal. Du magst mich, ich mag dich. Und schon gehen wir zusammen. Das ist eine ganz simple Sache. Und zwar auf ewig, wenn der Liebe hergut will. Prosit! Ich habe dich nicht wieder. Liebe, Liebe muss man etwas Spaniel sein. Denn die Emotionen, die Passion und die Werte, die man braucht, gibt es nicht mehr, als ein Spaniel. Ole! Meine Mosi, meine Mosi, was hat denn die Motivation? Ja, die Liebe. Ich meine, erst einmal ist es natürlich wichtig, dass man sich selber liebt. Und damit meine ich nicht nur die Masturbation. Oh nein, ihr habt nicht versagt. Ihr habt sie doch. Die Liebe, die uns alle retten kann. Sie ist immer und überall Kunst, Literatur, Musik. Alles voll von der Liebe. Aber es gibt sie gar nicht. Sie ist eine Erfindung. Sie ist eine Ausgeburt der Fantasie. Sie ist eine Erfindung. Und sie wird immer sein. Wenn die Liebe nicht immer so an Bedingungen geknüpft wäre, schon bei Benatzky hat es geheißen, ich könnte nichts Schöneres mir denken, als dir mein Herz zu schenken, wenn du mir deins dafür gibst und mir sagst, dass auch du mich liebst. Gehörsgescheißen. Naja, wie auch immer. Ich sag, wer kocht, wer auf die wichtigste Zutat niemals vergessen, das ist und bleibt die Liebe. Denn wer mit Liebe kocht, der kann sich eines gewiss sein, er kriegt die Liebe zurück. Busser. Mua! Ich geh, weil ich das letzte Mal jemanden geliebt habe, da muss ich erstmal überlegen. Ich glaube, das ist schon eine ganze Langeweile her. Ne? Ne, ich glaube, geliebt habe ich noch nie jemand. Und mir hat auch keiner geliebt. Ja, Sie sind infiziert. Und nein, es gibt keine Medikation dagegen. Aber machen Sie sich keine Sorgen. Freuen Sie sich und lieben Sie weiter. Lieben Sie und seien Sie ansteckend.